ja das werden die ganzen outtakes ja genau das nehmen wir jetzt hier genau in der mitte da ist das rückgrat der des fisches normalerweise ist das ja ein plattfisch der hochkant schwimmt dieser flipp schwimmt flüttel was große schnitt zeigt uns doch mal wie wir fische filetieren das machen wir sofort ich habe für euch frische ihr geht bei der rückgrat brückgrat geht bei der mittelgeräte hinein das müssen wir raus ich möchte euch zeigen wie wir so ein prachtsteg auf einem haus schnitt ja jetzt noch einmal wird der speck das kochen dauert drei bis vier minuten wenn die vögel hier oben wenn die vögel kommen unsere bayerischen semmelknüttel die auch in norddeutschland prima schmecken wenn die vögel oben schwimmen das ist los mal raus doch mal weiter das ist wir von